Doblo dosti, letatzi, auf moe novi video. Danas, äh, ob jasnen, warma, äh, bosamski, schrebski reizi, bosamski, schrebski reizi und nematski povoti. Danas ide, novi tema, ima. Doblo donan. Yeah, guten tag. Doblo donan ish, guten tag. Doblo jutto, yeah, guten morgen. Süß ist auf deutsch und sausnati, schrebski, bosamski, ijewalski. Ja heißt da, Hotsu. Nein heißt Netsu, ja heißt nein. Fallasnati, wenn du, wenn du einen gefangen gemacht hast, heißt Danke. Entschuldigung heißt, wenn du einen verlässt hast, sagst du iswini monite. Entschuldigung bitte. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du upermoz, pomognitin. Wenn ich sag, äh, ich heiße so und so, ich heiße Asmi. Und das heißt dann auch, ist du bosamski, schrebski, 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 schrebski. Was kostet das? Was kostet die Tasse? Was kostet die Uhr? Was kostet das? Heißt Koko Kosta. Wir sind nicht alle, wir sind nicht unterschiedlich, Serben, Kroaten, Bosner. Haben fast Ähnlichkeit von, ist so ähnlich nur, nur ein bisschen anders, Dialekt. Ja. Auto ist, Auto ist Auto. Fahrrad heißt Bezykler. Es erklärt euch, äh, was manche nicht verstehen, dass ich aus Serben, ich komme aus Serben, nur ganz unten im Süden aus Serben. Das ist Shamsak und das sind Muslimeigentum ist da. Meistens sind es viele Muslime gibt es da und orthodoxe sind die Serben. Viele Kroaten gibt es da auch. Wer wissen will, wie die Wochentage heißen? Montag heißt Ferender, Dienstag heißt Uttag, Mittwoch heißt Sreder, Donnerstag heißt Zwittag, Freitag heißt Peter, Samstag heißt Sobata, Sonntag heißt NDR und NDR. Und wer morgen Geburtstag hat, ein Fan von mir hat morgen Geburtstag, ich wünsche ihn. Alles Gute zum Geburtstag, wünsche es dir und feier schön deinen Geburtstag. Wir sind alle anders an der Religion, an dem Glauben. Manche sind Orthodox, manche sind Muslime, manche sind Christen, manche sind Kathol. Wir haben alle fast das gleiche Glauben. Wir glauben fast alle an Gott, nur unterschiedlich glaubt einer, dass ein Kraft das wieder sein wird. Ich sage, dass wir uns in der Religion immer wählen. Dieses Jahr wird es nicht gelesen. Nach Samstag, das kann man nie planieren. Olaf kann es nie planieren. Ich grüße jetzt meinen Freund Enver und mein Freund Claudio. An alle meine Albaner Kollegen. Siebt halt alle. Ich kann nur erzählen, dass wo es in Macedonia war, war es sehr schön. Sommer war es noch nicht, es war im Winter. Es ist sehr spannend, wenn man viele Tanten hat in Macedonien. Man muss nicht bei uns noch mal näher machen. Wenn man noch mal näherter noch mal Māori reden kann. Aber es könnte einen Einzelnen gehen. Dann die erzeugen Sie bei dem Kosovo. Okay, das wäre es schon einmal. ...kossova und alles bin einfach. Oder ich bin von Albanien. Dann muss man dann noch mal in Macedonia und dann die Mauna. Dann mache ich die Spanien. Und was sind die Spanien. Und was habe ich mit dieser Mal. Ich habe sehr viele Cousinen. Ich grüße alle aus Wiesbaden und Frankfurt und alle in der Umgebung von Hessen. Alles Gute zum Geburtstag Stella, danke, dass du mir ganz lange folgst und immer unterstützt und Medina und Ernst, Claudio und allen Wattens. Dankeschön für alles und ihr seid übertrieben korrekt, ihr ohne euch hätte ich das nicht so lange geschafft zu erreichen, so viel in kurzer Zeit. Schaffen wir es noch mehr zu sein, aber noch mehr Folgen teilt das Video. Salute, ich posalte, preettele, idrogo, familie, Davide, Davide und Balkan und Europa, siehze, Davidium und Nyberg. Rollin Royce, im Herzen seid ihr die Besten. Und wenn man sagt, ich bin 20 Jahre alt, heiß auf Bosnens und der, bis in Kroatik bleibt, ich bin 20 Jahre alt, heiß auf Bosnens und der, bis in Kroatik bleibt, ich bin 20 Jahre alt. Wie geht es dir? Wie geht es euch? Kako, 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 Kako des, Vama, Sria. Kako Vama, Vame, wie ist eure Werte? auf deutsch wo ist in sarajowa letztes jahr im sommer an alle muslim weissen was es ist manche wissen das auch bosnien war sehr schön in sarajevo in sarajevo ist es lepo bilden ima isto ništo ka pazarske cerape malo so pazarske bole ništo losse sarajarske cerape bole so pazarski cerape sarajevo ist so eine schöne stadt mit diesem feuer was gibts in sarajevo und diese gondel was dieses zahra ist der himmel war es auch es war so schön diese gondel und von dem weg von der gondel gibt so ein berg da sieht man ganz sarajevo ist so schön das kann man nicht glauben da im baza hier das ist auch schön da habe ich dann noch ein foto gemacht wo dieses von ist wo wasser ist gibt es viele laden da gibt es sehr viele san mussel da mir immer dann waren wir mit der straßenbahn mich musik ist balkana stai bilo uchat tanam interessierter bilo wosno rasko sybio is das was die politiker früher gemacht haben sind selbst schuld das ist jetzt ende und dafür sind wir verantwortlich und machen wir dass wir stark sind und in frieden ruhe und in frieden leben mein bester freund ich grüße meinen bester freund jevgeny der auch seit der 2. klasse kenne du bist der beste freund und mein freund enver der den ich seit der 1. klasse kenne seid korrekt und weitermachen und weiter liken und immer weiter kontinuieren und mehr kommentare wenn ihr euch das video gefällt hat gebt einen daumen hoch nach oben und ihr seid die besten haben kann ich nur sagen und überflutet youtube mit likes und aufrufen nächstes video kommt auch weiter zum zuse ist das video bleibt zuse 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 zuse